Dritten Halbzeit des Jahres, zum dritten Mal auf Twitch, aber ist ja nur die letzte dritte Halbzeit des Jahres, es geht natürlich 2022 weiter und wow, wenn 2022 so weiter geht, wie jetzt 2021 aufgehört hat, dann könnte zumindest es nächstes Jahr schon mal mehr Titel geben als in diesem Jahr, 2021, ihr wisst es, null Titel, darüber reden wir heute ein bisschen jahresabschlussmäßig und natürlich auch über, ja, das Topspiel, den Arbeitssieg heute von Real Madrid in Bilbao. Ich sehe schon, die ersten Leute sind schon wieder da, muchas gracias, dass wieder so viele dabei sind, auch wenn es heute natürlich wieder ein bisschen später ist und noch später wird, ja, La Liga und die Anstoßzeiten um 21.30 Uhr kann man anscheinend noch mal mehr rausholen, warum auch immer, heute gab es ja wieder nur zwei Spiele, aber ja, harter Fight, drei Punkte, so ist es, Lukas, ja, wie sagt man so schön, wenn man solche Spiele gewinnt, dann, ja, wird man Meister, ist ja schon wie im Hinspiel eigentlich mit hier und da ein bisschen Dusel oder Glück auch, aber einfach auch als Einheit, als Mannschaft verteidigt und gekämpft, den Kampf angenommen, da gar nicht so gewackelt, also klar, du kannst Bilbao nicht komplett vom Schießen abhalten, also von dem her war das heute so, es hat gereicht und natürlich auch, muss man gleich dazu sagen, elf Spieler Wir haben gefehlt, acht davon wegen Corona, dann auch noch Casemiro gesperrt, Cavacal verletzt, also da waren auch ein paar Stammspieler dabei mit Motoc auch noch und ja, deswegen war das heute alles andere als ein Selbstläufer, deswegen hat man auch dann, ja, Ramos Rote, ja, können wir auch noch reden, deswegen war dann auch nach diesen zwei Toren erstmal angesagt, wow, Piano machen, wir führen, jetzt werden wir erstmal gar nicht mehr uns ein Bein ausreißen. Im Strafraum hat sich ja, wenn sie mal gar nicht mehr reingetraut, so viel hat er irgendwie versucht, den Ball zu halten, also ja, hier viele da, genau, ola, ola, moin, moin, schön, dass es wieder so klappt, obwohl es ja schon jetzt kurz vor Mitternacht ist, aber ja, ist ja auch die letzte dritte Halbzeit des Jahres, also herzlich willkommen. Falls auch geiles Trikot, ja, danke, ihr kennt es bestimmt alle, woher das ist, haben wir auch schon im Warm-Up besprochen, natürlich, Saison 2011, 12, nein, kein Auswärtstrikot, sondern das Torwarttrikot, San Ica war da noch drin, wir haben die Liga gewonnen, ja, fand ich irgendwie cool damals, ohne viel Schnickschnack das Trikot einfach so. Es sind ja auch ein paar generell neue Fans, Abonnenten hier, glaube ich, die uns bisher noch gar nicht so auf YouTube gefolgt sind, also erstmal nochmal da, hallo in die Runde, ich bin der Nils Kern von RealTotal, wir machen jetzt, sind jetzt von YouTube auf Twitch gewechselt für die Streams nach den Spielen und ja, wir haben ja immer auch noch den Daniel dabei, das ist unser Moderator, ich glaube, wenn der Philipp dabei ist und der Oma, die sind auch Moderatoren, also da, der Daniel leitet mir dann auch meistens die Fragen noch weiter, später via WhatsApp, weil ich nicht alles mitkriege hier, es sind ja ein paar Leute da, war jetzt schon wieder 130, hi Baby, hast du eine Hose an? Heute ja, aber auch eine richtige Guti, sieht man das hier, natürlich mit dem richtigen Logo, es gibt ja nichts anderes in diesem Haushalt ohne Logo von dem her, ja, heute ist die Hose an, so geil war das Spiel jetzt auch nicht, aber der Sieg fühlt sich natürlich wunderbar an, also in Bilbao zu gewinnen ist nicht selbstverständlich, ich habe heute auch so ein bisschen mit einem 0-0 vielleicht wieder gerechnet, weil beide, da sieht man hier, La Liga-Experte Nils Kern im Warm-Up noch erzählt von wegen, uh, beide haben so viele Ausfälle, auch Corona-mäßig, die Abwehr nun aufgestellt, bei Bilbao hat ja auch Abwehrchef Nigo Martinez gefehlt, bei Real eben Alaba, Cavacal, die werden erstmal zu Beginn sicher stehen wollen, irgendwie erstmal reinkommen ins Spiel, die 0 halten, vielleicht mit dem Punkt zufrieden sein, dann, yo, was ist passiert, 10 Minuten rum, es steht 2-1 für Real Madrid, 3 Tore schon gefallen, 2 Traumtore natürlich, die kann man schwer verteidigen, dann noch der, kann man das Fehler nennen beim 2-0 von Bilbao, wo dann der Ball eben zu Benzema geht, egal, so ist Fußball und da war dann eben nichts mit gemütlichem Anfang, ja, Daniel ist dabei, genau, Halla Madrid, win ist win, ja, una victoria es una victoria, 3 Punkte nehmen wir mit und siehe da, schauen wir mal auf die Tabelle, Real Madrid, 46 Punkte und dann, ah, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38 Punkte, da kommt dann der FC Sevilla, 33, Bettis, 30, Rayo, da fehlen doch ein paar, oder? Wo sind der Meister? Ach, da, Atletico, 29 Punkte, dann Real Sociedad auch mit 29 Punkten und Barca mit 28 Punkten, gut, jetzt ist auch Real Madrid und Atletic sind die einzigen Mannschaften mit 19 Spielen schon, es war jetzt der vorgezogene 21. Spieltag, auch ein bisschen kurios mit diesen ganzen Corona-Ausfällen, also heute so gesehen 8 bei Real, 4 bei Bilbao, mal gucken, ob ein paar andere Spieler da nicht auch noch irgendwie Weihnachten in Quarantäne verbringen müssen, hätte man das Spiel eigentlich auch verlegen können, aber das nehmen wir jetzt mal so mit, die drei Punkte haben wir und das sind keine drei selbstverständlichen Punkte in Bilbao. Zweite Halbzeit war eine reine Katastrophe, das würde ich nicht sagen, also mit diesen ganzen Ausfällen, mit auch in einem der schwierigsten Stadien der Liga, da musst du einfach schauen, dass du ein bisschen hinten sicher stehst, verteidigst und einfach den langen Ball nach vorne schlägst. Hätte Hazard in der ersten Hälfte noch das 3-1 gemacht, da wo er allein aufs Tor zu ist, diese 3-2-Situation, dann sieht das nochmal anders aus, wenn einer der Konter wirklich zu Ende gespielt wird und nicht Mariano so komplett schlampig da ins Aus spielt und auch Peter hatte ja noch seine 1-2 ganz guten Szenen mit Jovic, dann sieht das anders aus, also so hat das gereicht. Natürlich bin ich nicht hundertprozentig zufrieden mit den Wechseln auch, aber heute kann man der Mannschaft da nicht viel vorwerfen, weil sie hat es als Einheit gelöst, sie hat wiedergekämpft und natürlich hat auch Athletik ein bisschen versagt im eigenen Abschluss. Wir reden von einem Abschlussverhältnis von 15 zu 12 aus Athletik-Sicht. Natürlich hätten die sich irgendwo ein Türchen verdient, natürlich ist es wie im Hinspiel, da hätten sie sich auch vielleicht mehr verdient gehabt, aber ja, wenn du die Dinger nicht machst und aber dann gegen eine abgezocktere Mannschaft, auf eine abgezocktere Mannschaft triffst, die dann vielleicht auch eher mal die Fouls zieht, also da war dann auch ein Mondi sehr clever, Lukas Vazquez mal sich foulen lassen, ja, dann wird es eben schwierig für Athletik und so gesehen sind sie da auch vielleicht ein bisschen selbst schuld, aber Real Madrid hat mir heute eben als Einheit gefallen, als Mannschaft gefallen, die haben miteinander verteidigt, einer für den anderen die Fehler des anderen ausgebügelt, von dem her alles gut. Ich habe die letzten 15 bis 20 Minuten meinen Atem angehalten, aber Hauptsache drei Punkte, ja, Spannung gehört ja immer ein bisschen dazu. Natürlich ging es da nochmal ganz gut hin und her, aber auch Real Madrid hatte ja noch die paar Counterchancen, egal, mit so einem Sieg kann man auch leben. Der Peter hat mit seiner Valderrama Gedächtnisfrisur mir gut gefallen, die fünf Minuten, ja, eher so Leroy Sané, also ist nicht nur optisch ähnlich dran, sondern auch vom Spielerischen her, 19 Jahre, habe ihn letztens in der Juve-League gesehen, er war schon der Beste auf dem Platz, mit Abstand teilweise bei dem, was war das, 2-1-Sieg gegen Inter oder so, auch in der Castilla, ist er pure Gefahr eigentlich, schnell, dribbelstark, wendig, ist einfach immer ein ganz guter Ballträger nach vorne, mutig, habt auch immer so ein bisschen unberechenbare Bewegungen, geht er links vorbei, geht er rechts vorbei, da einfach für alle Gegenspieler ein bisschen eine Prüfung. Heute, Debüt, wurde dann mal Zeit, jetzt war es zum zweiten Mal dabei, hätte er noch irgendwie mit Tor und Vorlage. Wie hat er euch gefallen? Schreibt da gerne mal, dann können wir hier Peter Federico González abhaken, also spielweise gar nicht so weit weg von einem Leroy Sané, aber klar, ist da noch viel, viel Weg dahin. Peter sollte öfter spielen, ja, ich glaube, er kann eine Waffe sein, vor allem, wenn es darum geht, Konter, lange Bälle, ihn schicken, er hat es auch dribblingmäßig drauf, aber als jetzt 19-Jähriger muss er da nicht gleich in die Startelf und vor allem nicht in Bilbao in so einem schwierigen Ground, ja, sehr gut für 5 Minuten, ja gut, speakies, waren ja am Ende, man wurde ja eingewechselt, in der 86. und 3 Minuten Nachspielzeit, machen wir mal 7 Minuten, immerhin, hey, als 19-Jähriger kann man sich da nicht beschweren, ein bisschen früher wäre natürlich besser. Mariano ist und bleibt Katastrophe. Ja, Katastrophe jetzt vielleicht auch nicht, aber, ja, nach dem Querschläger so unnötig und schlecht, der dann auch war, hätte man ihn direkt wieder auswechseln können, also war wieder der Geilste. Es ist schon immer ein bisschen Spektakel, wenn er auf dem Platz steht, er schmeißt sich einfach überall rein, ist einfach immer ein bisschen überdreht, was auch gar nicht immer so positiv ist, also ich mag es, wenn er den Gegenspieler anläuft und den Torhüter auch nochmal nervt, aber er überdreht auch manchmal einfach. Man kann ihm aber so nicht vorwerfen, dass er ohne Einsatz kommt, also man kann da eher einem Jovic oder auch einem Hazard sagen, ja, die sind jetzt nicht immer 100% gegen die Zweikämpfe, aber Mariano ist schon irgendwie unterhaltsam. Wenn es dann auch reicht zu einem Sieg, wunderbar. Mariano, das kostet eine Kiste Bier normalerweise, ja, das müsste eigentlich in der Kabine heute, gehen wir mal von außen noch ein paar, was trinken die denn so, ein paar Tinto de Veranos werden dann noch ausgeschüttet auf der Rückfahrt, in dem Rückflug natürlich von Vivao nach Madrid. Hier, Michael schreibt schon, Nils, was sagst du zu den Differenzen innerhalb der PSG-Mannschaft? Die sind einfach keine Einheit, deswegen werden sie schlagen. Hey, hast du meinen Text gelesen? Das ist doch jetzt schon ein paar Wochen, ein paar Male her in den Streams, wo ich sage, in dieser PSG-Mannschaft, Kader, sind so viele verschiedene Egos und Diven, die sich nicht einig sind, wer die Freistöße macht, die sich vielleicht um die Kapitänsbinde streiten, wo es auch verschiedene Sprachlager gibt, die Spanier und die Portugiesen, Südamerikaner natürlich, die so vielleicht ihr Fleckchen, dann da die Franzosen. Ne, ich sehe da, habe da noch nie wirklich eine Einheit gesehen und das mag reichen für Ligue 1, für das, ja, den kleinen Wettbewerb da, aber wenn dann mal die großen Gegner auf europäischem Terrain kommen und die denken, hey, wir haben doch hier eine Siegesserie und jetzt haben wir hier heute gegen Lorient noch das 1-1 in Unterzahl geholt, ja, aber das wird dann nicht reichen gegen eine große Mannschaft und vor allem, wenn diese große Mannschaft auch noch so eine Einheit ist, Einheit ist wie Real Madrid, weil dort verteidigt wirklich jeder und leidenschaftlich und dort funktioniert jeder, da sind Ketten, die greifen miteinander und bei PSG hast du dann eben, ja, ein, zwei, die nicht mitpressen wollen, die einfach da sich vielleicht ein bisschen rausnehmen oder denken, sie können jetzt mal, sie haben den Ball, sie gehen jetzt mal mit nach vorne, die dann den Freistoß ausführen wollen, also das wird immer so ein paar Problemchen, Reibereien geben, das ist an sich nichts Neues, ich habe den Artikel heute noch nicht gelesen, Lukas hat mich darauf hingewiesen, aber weil es für mich eben nichts Neues ist und deswegen sage ich, Real Madrid wird gewinnen, die werden PSG nicht raushauen, aber für mich ist es da ein bisschen ähnlich wie 2018, auch Achtelfinale gewesen, wo auch viele gesagt haben, oh, PSG ist so gut drauf, Real Madrid war da auch nicht ganz gut drauf, aber trotzdem hat sich einfach die Erfahrung da durchgesetzt, einfach diese Coolness und PSG wird da vielleicht auch dann ein bisschen überdrehen, ein bisschen übermotiviert sein, es zu sehr wollen und Real Madrid mit Coolness hier sich mal faulen lassen, da die wenigen Chancen nutzen, sicher stehen hinten, zusammen verteidigen, kämpfen, einfach cool sein, wenn dann noch Casemiro zurück auf dem Platz ist, er emotisch hat gefehlt, Cavacal, da sehe ich Real Madrid schon weiter, aber ist ja noch ein bisschen weiter in Peters Frisur, größer als PSG, okay, lass mich auch mal so stehen, Mbappé will zwei Eigentore machen, das jetzt nicht, der wird bestimmt auch treffen gegen Real Madrid und ja, mal gucken, wie er dann jubelt, aber bestimmt weniger als Ramos, aber trotzdem ist da Real Madrid in meinen Augen gefährlicher, in den Einzelaktionen, Messi legt nur kurz den Ball zur Seite, schweißen die aus 25 Metern rein, das ist nicht zu verteidigen, wie heute Sunset auch, wobei da Nacho und Camavinga, ja, man kann mehr Druck ausüben, du kannst PSG nicht komplett gegen PSG verteidigen, aber du kannst auch zwei Tore gegen sie machen, locker als Real Madrid, und mache ich mir da wenig Sorgen, deswegen ist PSG dann doch fast ein bisschen wunschlos und mal gucken, was bis Februar ja noch passiert, Vini braucht eine Pause, ja, der war ja heute noch, hat er mir eigentlich ganz gut gefallen durch seinen Einsatz, seinen Auffahren, hat jetzt, glaube ich, keinen Abschluss gehabt aufs Tor, ja, nee, null, das geht natürlich besser, aber trotzdem hat er ja heute gut mit nach hinten gearbeitet und so weiter. Ramos holt sich eine Rote ab gegen Vinicius, mal gucken, heute ja sein Debüt, zweites Ligue 1-Spiel und direkt gelb-rot, nachdem er erst eingewechselt wurde und dann 81. und 86. Minute zweimal Geld gesehen. Yo, ici c'est Ramos, sagt man in Paris, glaube ich. Egal, Messi kannst du vergessen, ja, glaube ich auch, schauen wir mal. Aber wir wollen ja heute noch mehr hier über das Spiel heute reden, natürlich hast du von dem Gomez- und Sarabia-Gerücht gehört? Nee, Sarabia-Super-Sporting, da weiß ich jetzt nicht. 200 Leute auf jeden Fall, ziemlich cool, obwohl es ja jetzt Mitternacht ist, 23.12., hm, hoffentlich habt ihr schon alle eure Geschenke. Hazard hätte das 3-1 machen müssen, ja, Sabi, das, da sieht man einfach wieder, Hazard hat so die Ausstrahlung, das Selbstvertrauen, wie, falls ihr Simpsons guckt, von diesem Hans-Mauwwurf, der so ein bisschen immer so, oh, ich traue mich nicht und dann doch lieber zurücklegen und dann war das eben auch die falsche Wahl. Also du hast eine 3-zu-2-Situation, da muss ein Tor draus entstehen. Entweder der Pass kommt wirklich bei Benzema an oder beim anderen, ich glaube, Vinicius war dann auf der anderen Seite noch, oder du haust das Ding einfach rein. Es ist ein spitzer Winkel, der Torhüter ist unerfahren und jung, das musst du machen, egal, ob mit rechts oder mit links, oder ob du dich hinlängst mit dem Kopf, da hätte ein Torball rausspringen müssen. Der Gegenspieler war dann auch schon eher weiter hinter ihm. Also von dem her, ja, war das schwach von Hazard und man sieht wieder, sein Selbstvertrauen ist da einfach am Boden. Es wurde im zweiten Durchgang wieder ein bisschen besser, auch sein Flachschuss war ziemlich gut, den dann wiederum utrote Aguirre Zabala, was geschehen haben, gut pariert hat, aber trotzdem in der Situation, naja, Hazard heute wirklich nicht gut. Ja, hier, nicht gut, der eine schreibt gut. Es ist schwer zu bewerten, es ist nicht der alte Hazard, das ist ein neuer Spieler, der irgendwo, ja, seinen Anteil an dieser Mannschaft, an diesem Sieg bestimmt auch hatte, war auch durchaus, weiß nicht, unsichtbar auf dem Feld. Also mit 69 Ballkontakten hat er einige mehr gehabt als Vinicius, da waren zwei Keypässe dabei, drei erfolgreiche Dribblings. Das sah schon ganz gut aus und so gesehen ja mehr oder weniger das 2-0 vorbereitet, auch wenn das nicht so geplant war, sondern abgefälscht. Also, richtig viel meckern kann man heute nicht, aber allein diese eine Szene war einfach bezeichnend für sein geringes Selbstbewusstsein, dass er einfach Angst hat. Auch gab im zweiten Durchgang noch so zwei Szenen, wo er zweimal im Strafraum ist und nochmal auf Kroos ablegt, statt irgendwie einfach den Abschluss zu suchen oder nochmal ins Eins-gegen-eins zu gehen. Ball geht rum, kommt wieder bei ihm und er wieder, ah, nee, lieber zu Toni Kroos raus. Ja, aber jetzt hat er zweimal diese seltene Startelf-Einsatz-Chance bekommen und am 2. Januar gegen Retaffe sind ja dann auch Rodrigo, heute negativ wieder, hat er selbst getweetet. Auch Asensio wird dann wieder zurück sein, vielleicht sogar ein Bale. Ich glaube nicht unbedingt, dass Hazard da dann direkt wieder spielen wird, weil er doch eher noch in diesem 4-3-3 eher nicht so funktioniert. Er würde in dem 4-4-2 bestimmt besser funktionieren, aber Ancelotti will 4-3-3, deswegen sehe ich da wieder Asensio oder Rodrigo. Also diese zwei Spiele hätte er nutzen müssen. Was hat er jetzt im Endeffekt? Eigentlich keine wirkliche Torbeteiligung. Heute diese halbe Vorlage, auch wenn sie nicht so gewollt war. Da hätte er sich einfach, das hätte er, ja, einfach besser machen müssen. Es war nicht katastrophal, aber, ja, das kommt mit der Zeit. Ja, aber die Zeit hat er eben nicht. Das ist ja die Sache. Gegen Retaffe wird dann vermutlich wieder wer anders spielen, zumal Retaffe ist ja nochmal gefährlicher vom Fouls her. Also da kann man den Hazard ja fast gar nicht einsetzen. Die Ansprüche an ihn sind halt echt nicht mehr hoch. Hauptsache er verletzt sich nicht, dann war es gut. Ja, Savi, gut gesagt. Man kann da einfach nicht mehr viel erwarten. Einfach irgendwie ordentlich spielen und das ist dann schon ein bisschen applauswürdig, aber ohne dass man glaubt, dass er dadurch jetzt neues Selbstvertrauen schöpft. Also er macht ein paar kleine Schritte nach vorne, aber es sind wirklich sehr, sehr kleine Schritte und man kann, ja, nicht mehr erwarten. Benzema das erstes Tor erinnert mich an sein Tor gegen Laria 2014 oder 2015. War das nicht sogar gegen Sevilla? Auch da so vom Strafraum-Eck in den langen Winkel einfach perfekt, auch direkt abgeschlossen. Ich glaube, das war gegen so rote Trikots, nicht gegen blaue Trikots. Aber, ja, Benzema kann ja auch ein paar Gulasos, ist ja auch nicht sein erstes. Er macht auch mal ein Tap-In, klar, oder ist mit dem Abstauber zur Stelle wie gegen Sevilla als Mittelstürmer, aber macht auch mal die traumhaften Dinger. Also das war starke Benzema 5-Booten gegen Paris. Realistisch, ich glaube, da soll man jetzt nicht zu übermütig werden. Benzema macht bestimmt ein Tor und Vinicius dann auch, wenn PSG mal aufrückt, den Raum anbietet. Langer Ball, so viel Geschwindigkeit sehe ich dann auch nicht. Hinten bei PSG, von dem ja Benzema und Vinicius werden bestimmt jeweils einmal treffen. Aber gut, hab mehr Hoffnung in Jovic als in Hazard. Ja, weil Jovic natürlich auch noch ein bisschen jünger ist und jetzt noch nicht so... Er hat einfach noch Benzema vor sich. Sprich, aber wenn Benzema mal nicht da sein sollte, dann Jovic gefördert wird, die Startelf-Gelegenheit bekommt, kommt vielleicht ein bisschen mehr bei Rum. Siehe Real Sociedad, seine Zwei-Tor-Beteiligung, als jetzt bei Hazard. Ja, und Jovic braucht ja eh auch einen Sturmpartner, eigentlich Doppelspitze. Und Hazard ist einfach irgendwie immer noch ein bisschen Fremdkörper auf dem Platz. Auch wenn er es natürlich rechts außen, wenn er da ein bisschen lost ist. Egal. Dann machen wir doch mal weiter mit den Kerngrades. Also, ihr wisst wie immer an die Neuen auch von Twitch, schön, dass ihr da seid. Ich vergebe immer 10 bis 0 Punkte. 10 ist ganz gut, gibt es nicht so oft. Wobei, später erzähle ich vielleicht heute, dass ich heute irgendwo was anderes eine 10 vergeben habe. Und 0 ist dann nicht ganz so gut. Ich tweete die vorher schon, da wird dann schon immer fleißig diskutiert. Aber heute ist das alles gar nicht so weit weg. Es fängt an mit Lukas Vazquez, bei Thibaut Courtois natürlich. Beim Gegentor kann er nichts machen. Oder es war perfekt getreten vom Sunset. Jetzt ist er schon so lang. Da musste der eben mal wieder rein. Nach, ich glaube, fast 400 Minuten ohne Gegentor ist zu verschmerzen. Gegen Nico da im 1 gegen 1 hat er stark pariert. Die Beine zusammen behalten. Aber jetzt wirklich oft auszeichnen konnte er sich jetzt auch nicht. Hier fallen schon neunen, ne, würde ich sagen, 7,5. Weil es einfach dann eigentlich nur, äh, wirklich nur zwei Dinge halten musste. Und da ist es dann schwierig mehr. Er hat auch im Passspiel nicht so hundertprozentig sicher. Das war, glaube ich, nur 66-prozentige Quote. Wir gehen weiter zu Lukas Vazquez. Ja, es gab wieder, egal ob er im Strafraum schon ist und flankt. Oder auch noch vom Außerhalb aus vollem Lauf kommt, den Ball stoppt. Und es kommt eigentlich nichts wirklich an bei ihm. Dann gab es auch noch ein paar Fehlpässe so vorne im Aufbau. So letztes Spieldrittel, dass er irgendwie quer rüberlegen will über 30 Metern. Auch das kommt nicht an. Ne, da ist immer noch zu viel Ungenauigkeit dabei. Aber trotzdem macht er seinen Job. Und es ist wie im Hinspiel. Es reicht, da reicht ein Lukas Vazquez gegen dieses Athletic. Ähm, dann, wenn, wenn der Gegner eh ein bisschen defensiver eingestellt ist. Nicht so die ganz super schnellen Spiele hat, außer als Nico kam. Dann reicht ein Lukas Vazquez. Und heute hat er defensiv da, ähm, gut gespielt, sich auch da öfter mal gefeiert. So Dani Garcia wurde einmal wichtig geblockt. Dann, äh, in der Verlängerung Nachspielzeit hat er zur Ecke geklärt. Auch da einfach. War immer da, immer gebrannt. Ähm, deswegen fand ich ihn heute okay bis ordentlich. Ähm, ja. Und gebe da sieben Punkte. Hier fallen sogar vieren bis fünfen. Also, offensiv habe ich da ja gar keine Erwartung. Deswegen hat er mich da jetzt nicht enttäuscht. Aber defensiv hat er mich überzeugt. Ohne, dass er jetzt heute der beste Verteidiger war. Und da waren andere besser. Aber ich gebe ihm eine Sieben, weil ich ihn heute einfach ordentlich fand. Ich würde Lukas eine 6 bis 6,5 geben. Ja, Serkan geht vielleicht auch. Aber, weiß nicht. Er hat sich gut integriert in diese Viererkette. Ist ja auch nicht seine ideale Position. Trotzdem Job erfüllt. Also, keinen klaren Defensivfehler gemacht. Von dem her alles in Ordnung. Wir gehen zu Eder Militao. Der heute dann wieder Pippe 8. Ja, Mainz Militao natürlich. Äh, oder der andere Pippe. Der war heute natürlich wieder der beste Verteidiger. Äh, drei gewonnene Luftzweikämpfe. Zwei erfolgreiche Tacklings. Da immer da gewesen. Ähm, gab auch mal so eine Szene nach Wiederanpfiff. Auch aufmerksam gewesen. Da gab es so diesen gefährlichen Steckpass in den Strafraum. Und er gerade noch so hingekommen. Also, ist immer da irgendwo. Von dem her war das heute ziemlich gut. Ich gebe ihm eine 8. War aber jetzt auch nicht so extrem gefordert. Also, hatte jetzt gar nicht so viele Ballkontakte. Weil es dann doch irgendwie, ja, Athletik vorher verkackt hat. Der Ball vorher abgefangen wurde. Äh, der Schuss drüber gegangen ist. Von dem her Militao war gut. Aber mehr als 8 würde ich jetzt auch nicht geben. Hier, Adrian Lukas sogar eine 8,5. Ja, geht auch. Nacho dagegen. Hat sich ein bisschen rausgenommen. War gar nicht so aktiv. Meister Eder, genau. Nacho war gar nicht so oft zu sehen. Nur 55 Ballkontakte. Musste vielleicht auch erstmal reinkommen. Und, äh, ja. Beim Gegentor, dem 1 zu 2, war er ein bisschen weit weg. Genauso wie Kamavinga. Äh, schwierig zu sagen. Wer da jetzt mehr Schuld hat. Beide hätten mehr Druck ausüben müssen. Also, das schwächt Nacho ein bisschen. Trotzdem aber war, wenn er den Ball hatte, war er sich ja 100-prozentige Passquote. Äh, hier fallen 6,5 bis 7. Da gehe ich mit. Ich gebe ihm eine 7. Es war okay. Hat auch gereicht. Aber hat jetzt auch nicht komplett geglänzt. Äh, ist okay. Nacho. Genau. Wunderbar. Gehen wir weiter. Fairlor Mondi. Heute, das war gefühlt eine Steigerung. Also, wir haben ja bisher noch so, wir wissen noch nicht genau, wie es, wo es für ihn hingeht in dieser Saison. Aber heute, das war so ein kleiner Schritt, finde ich, in die richtige Richtung. War sehr sicher. Der, der auch durchaus präsent mit seinem Körper clever hat sich faulen lassen, hat Abstöße, Einwürfe rausgeholt, immer gut den Körper reingestellt. Einfach abgezockt, clever gewesen. Ähm, und auch da einfach sicher, 95-prozentige Passquote, drei erfolgreiche Dribblings. Ähm, da gab es diese Szene, Steckpass auf Nico Williams, wo er gerade noch so irgendwie dran ist, ihn noch stören kann. Sonst, wer weiß, wie das, wie die Szene geendet wäre. Also, da, Fairlor Mondi. Für mich heute nach Militao der zweitbeste Verteidiger. Deswegen gebe ich ihm eine 7,5. Joa, hier fallen noch achten. Wäre auch gegangen. Aber dann wäre mir Militao wieder zu positiv bewertet, glaube ich. Ich meine, die Flanken sind echt nicht gut, aber sein Dribbling ist so gut. Ja, ja, da hat er auf jeden Fall noch Luft nach oben, dass er da vorne, manchmal, vielleicht, weiß ich nicht, ist das überdreht oder irgendwie noch mit zu viel Geschwindigkeit im Fuß ankommt und dann irgendwie die Flanken zu weit gehen. Aber es war heute ein Schritt in die richtige Richtung. Wir sind im Mittelfeld. Federico Valverde war auch gar nicht so oft zu sehen. Also, hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Trotzdem aber, wenn er da war, hat er jetzt keine großen Fehler gemacht. Auch er hatte irgendwie vier erfolgreiche Dribblings. Es gab eigentlich nur eine Szene, wo ich gesagt habe, so, ah, das kannst du besser machen. Das war im ersten Durchgang dieser eine Schuss vom Benzedor, wo er irgendwie im Strafraum so ein bisschen zu zögerlich auf den Gegenspieler ran ist, nur so leicht den Fuß raus, so, hu, ich möchte ihn nicht faulen. Und der Gegenspieler ist dann noch vorbei. Da kann er ein bisschen energischer sein, aber es war so die einzige Szene, die mir da richtig in Erinnerung gewesen ist. Ohne, dass er jetzt voll geglänzt hat, aber eben auch keine Fehler. Deswegen gebe ich ihm auch eine 7. Hier fallen auch einige 7. 7,5 mal vom Lukas, vom Renners. Ja, das passt. War echt, war recht übersichtlich. Genau. Passt ja auch. Kamavinga. Da scheiden sich die Geister, glaube ich, ein bisschen. Ich wollte ihn bei unserer Spieler-des-Spiels-Umfrage noch aufstellen, aber Yannick hat da ein bisschen sein Veto eingelegt, weil, ja, er hier und da vielleicht ein bisschen, also, er war teilweise auch ein bisschen überdreht, ein bisschen übermutig vielleicht, aber mir hat gerade das imponiert. Also, gerade dieser Einsatz heute hat viele Kilometer gemacht, war immer anspielbar, hat auch viele Gegenspieler, glaube ich, genervt. Das fand ich heute ziemlich gut. Das war nicht seine ideale Position. Trotzdem hat er 9 erfolgreiche Defensivaktionen. 2 in der Luft, 6 am Boden. Das ist für mich eigentlich ziemlich gut. Deswegen gebe ich ihm 8 Punkte, war auch aktiv, eben 98 Ballkontakte. Und das eben trotz der Geldbelastung, hat er ja vielleicht, wenn du einen strengeren Schiedsrichter hast, der nicht so, der mehr abpfeift, dann vielleicht erlebt er den Abpfiff nicht. Also, heute ziemlich gutes Spiel von Kamavinga, finde ich, aber auch er eben beim Gegentor. Bisschen weit weg, dann ist er nicht zu energisch, nicht zu schnell am Gegenspieler dran. Ja, der macht ein Traumtor, das ist schwer zu verteidigen, aber trotzdem kannst du zumindest irgendwie ihn spüren lassen, dass du da bist und dass du was dagegen hast, dass der jetzt so ein Traumtor macht. Aber für mich fand ich ein 8. Zwischen 2 und 9 hab ich, ja, er hatte seine Fehlerchen und war ein bisschen zu überdreht, übermotiviert vielleicht. Aber gerade das schätze ich irgendwie an ihm, dass er da auch für den Gegenspieler irgendwie immer eine Gefahr darstellt. Also, du weißt, du kommst an den Ball, du musst eigentlich schon fürchten, oh, jetzt kommt der Kamavinga, jetzt habe ich gleich wieder irgendwo ein Knie. Das finde ich irgendwie gut bei ihm. Ja, 8 Punkte dafür. Toni Kroos hat mich dann gewundert, ich hatte schon den Stream abgeschalten, auf einmal heißt es in unserer Gruppe, Toni Kroos ist King of the Match, echt? Ja, klar, Vorlage gegeben, das auch ziemlich gedankenschnell, gut rübergelegt auf Benzema. Ja, aber wieder das alte Thema gegen Cardi, 6 Abschlüsse, hat so ein bisschen noch Druck und Genauigkeit vielleicht gefehlt. Heute wieder 4 Abschlüsse, das gleiche Thema eigentlich, da kann es schon auch mal wieder reingehen. Einer reingehen, trotzdem natürlich sehr aktiv, 114 Ballkontakte, 2 Schüsse aufgelegt. Und jetzt keine großen Fehler dabei gewesen, deswegen gebe ich ihm noch eine 7,5. Spieler des Spiels habe ich jetzt nicht ganz verstanden, dass das so war. Kroos fand ich nicht so gut, ziemlich viele Fehlpässe für seine Verhältnisse. Ja, auch da mal so ein Diagonalball, der irgendwie ungenau kam oder abgefangen wurde. Ja, das stimmt, das hat man schon mal besser von ihm gesehen, deswegen war die Passquote auch nur 92%. Nur auf so einem Niveau reden wir schon, aber war auch noch voll solide, hat sich da auch immer gut das Spiel mal beruhigt. Das hat es auch gebraucht gegen diese Löwen da, von dem ja voll in Ordnung. Und ja, kann da auch so weitergehen. Man hat jetzt nicht groß gespürt, dass da Modric und Casemiro fehlen, von dem ja alles in Ordnung. Wir gehen rüber in den Angriff. 7,5, muss die letzten Chance machen. Ja, da muss man wieder jetzt 10 Abschlüsse, die dann teilweise kläglich vergeben wurden, auch deutlich drüber. Naja, kann er besser, weiß er selbst. Wir sind im Angriff bei Eden Hazard. Hm, ich habe schon vorhin gesagt, schwierig zu bewerten. So, ja, hatte irgendwie eine Torbeteiligung, auch wenn die eigentlich anders gedacht war zum 2 zu 0. War durchaus aktiv mit 69 Ballkontakten. Sein einer Schuss, den einen Dehns gab, der war ziemlich gut. Dieser Flachschuss, den dann der Torhüter noch pariert im zweiten Durchgang. Drei erfolgreiche Dribblings, aber da geht mehr. Das hatte Spuren, wie es in, keine Ahnung, in Nutella heißt, kann Spuren von Erdnissen enthalten. So war das. Kann Spuren von Hazard enthalten, war das heute. Es war okay, sieben Punkte gebe ich auch. Hier ist 5,5, 6, 7,5 einige. Ja, aber da geht auch mehr. Also allein diese 3 gegen 2 Situation in der ersten Hälfte muss zu einem Tor führen. Gar keine Diskussion. Ja, er hat immer noch irgendwie Angst, wirkt immer noch irgendwie, bremst sich selbst, wie diese Doppelszene da, wo er zweimal im Strafraum auf groß wieder abspielt, statt irgendwie was Eigenes sich zuzutrauen. Er hat die beiden Chancen eigentlich nicht genutzt. Es war nicht so, ich habe jetzt nicht erwartet, dass es so katastrophal wird, aber es war auch nicht viel besser, als man befürchtet hat. Also es war okay. Aber von einem Hazard muss dann zumindest im zweiten Spiel, zumindest in dieser einen Szene, muss da mehr kommen. Hat kein Selbstvertrauen aktuell. Ja, und er ist auch einfach, wie gesagt, wirkt ein bisschen wie Hans Mauer von den Sinsen. So, ich weiß nicht, ich kann nicht. Lieber nochmal abdrehen, lieber nochmal den Pass hintenrum. Das, sowas ist dann auch nicht so zu gebrauchen. Also dann doch lieber, ich meine, Asensio fackelt da doch dann nicht mehr lange und zieht selbst ab. Und Ball verlieren, Schuss wird geblockt, kann immer mal passieren. Und du musst zumindest den Schritt gehen und es dich trauen. Ja, der nutzt nie irgendeine Chance. Nee, nee, nee. Und deswegen ist auch meine Hoffnung da sehr überschaubar, dass das irgendwie noch was mit ihm wird. Wird immer mal seine Spiele machen, auch nochmal eine Torbeteiligung, ja. Aber der alte Hazard, das muss man sich auf YouTube der Highlights anschauen. Karin Benzema. Ja, sieben Minuten waren rum, da war das Spiel eigentlich gelaufen. Zumindest für seinen Einsatz, für sein Arbeitszeugnis her. Zwei Tore. Was soll man dann noch sagen? Ja, dann muss man sagen, wurde es ein bisschen zuspielerisch. Zu sehr auf Ballkontrolle aufgemacht. Wir reden ja von 60 Prozent im San Marmes. Ist schon ordentlich. War eigentlich im Strafraum. Ist da nicht mehr viel passiert. Immer wieder sich fallen lassen. Auch ganz gut kombiniert mit Vinicius. Hat schon gereicht. Aber jetzt mehr als 8,5. Ja, klarer Man of the Match ist er eigentlich, weil ohne die zwei Tore ein Traumtor. Und dann auch bei dem zweiten muss man gleich mal wach sein und sich dann durchsetzen, behaupten gegen den Gegenspieler und so cool abschließen. Das war schon ziemlich gut. Aber jetzt mehr als 8,5. Dafür war er mir im Rest des Spiels dann doch ein bisschen zu vorsichtig. Zu viel mit Handbremse. Der beste Stürmer der Welt. Ja, das kann man eigentlich schon sagen. Ich glaube, dieses Jahr 2021 hat er die meisten Tore gemacht wie noch nie. Ich glaube, das waren 30 Stück, habe ich vorhin gelesen. Sein bisheriger Topwert war, glaube ich, bei 27 Toren. Ja, hätte doch ein würdiger Ballon d'Or, Preisträger sein können. Er oder Lewandowski auch. Aber naja, das sollte halt irgendwie nicht sein. Aber für uns ist er eben die beste Neu in der Welt. Ach komm, 8,5 mit zwei Toren. Bilbao ist sehr, sehr streng. Ja, aber wie gesagt, nach den anderen 83 Minuten waren wir da eben ein bisschen zu vorsichtig. Was hat er, worüber reden wir denn hier? Zwei Abschlüsse, ja, zwei Tore. Also da kann man auch noch versuchen, aufs nächste Tor zu gehen oder so. Wir gehen nochmal zu Vinicius. Auch da hat natürlich heute die volle offensive Durchschlagskraft gefehlt. Sprich, auch er hat null Abschlüsse. Aber eben, ja, Pre-Assist geliefert zum 1 zu 0. Auch sehr sicher gespielt. Gut mit nach hinten gearbeitet. Was meine ich mit sicher? 98-prozentige Passquote. Zwei Schüsse aufgelegt. Also Vinicius war heute nicht schlecht. Hatte heute jetzt keinen überragenden Tag. Deswegen hat er seinen Kollegen die Tore gemacht. Aber ich gebe ihm noch eine 7,5, weil er mir einfach sehr gut funktioniert hat. In der Kette hinten mit drin, mit nach hinten gearbeitet. Auch immer mal versucht noch, das Foul zu ziehen. Da wollte der Schiedsrichter nicht ganz mitgehen. Aber trotzdem immer irgendwie gut aufgepasst. Konter mit eingeleitet. Also ich gebe ihm eine 7,5, weil ich ihn heute noch gut fand. Auch ohne richtige Torbeteiligung. Nur ein Pre-Assist. Vinicius ein 7 maximal. Ja, Dr. Feldmarschall. Wie gesagt, ich fand seinen Einsatz gut. Hat heute definitiv der Mannschaft geholfen. Der andere hat ihm eben die Show gestohlen mit den beiden Toren. Und das reicht dann so. Ja, und jetzt noch Carlo Ancelotti. Ja, ohne Elfspieler kann man nicht viel mehr verlangen. Sieg in Bilbao ist immer schwierig in diesem Ground. Und ja, wenn du dann erst, wenn du lange 2-1 führst, irgendwie schon die Kräfte schwinden. Der Gegner wechselt früh und auch schnelle, gefährliche junge Leute ein. Und dann kommt der erste Wechsel. Der ist in der 85. Dann ist es klar, du machst Zeitspiel. In der 86. noch der Wechsel. Peter kam dann. In der 90. noch Jovic. Dann kannst du es zumindest auch durchziehen, dass dann auch noch die anderen beiden Wechsel getätigt werden. Damit Blanco und Gutierrez oder wer auch immer noch ihre Einsätze kriegen. Ach, irgendwie zu späte Wechsel. Ja, aber hier fallen die Siebenen. Da gehe ich auch mit. Also kann man nicht viel meckern. Sieg eingefahren in Bilbao ohne Elf. Chapeau eigentlich dafür. Also sieben Punkte dafür. Und jetzt Spieler des Spiels ist natürlich, ich mache schon mal die Umfrage hier auf, ist natürlich Monsieur Karim. Zwei Tore gemacht. Einer seiner Lieblingsgegner. Er steht jetzt bei, erst mal bei 299 Real Madrid Toren. Sein nächstes wird dann das 300. Und jetzt eben 20 Tore in 23 Saisonspielen. Dazu noch 8 Vorlagen. Also Chapeau Monsieur. Dafür gibt es den Ramos des Tages natürlich. Und hier in unserer Umfrage. Wir haben Benzema, Militao und Kroos zur Auswahl. Kroos natürlich, weil er eben King of the Match geworden ist. Ja, warum nicht? Da kommt schon die Daniel-Fragen. Sehr gut. Ich tippe mal auf Benzema. Und 70%. Oh, doch so. Knapp. Ich dachte jetzt, das werden mal gut die 90% hier. Ja, heute ist spät. Heute muss ich mal was anderes trinken. Da bleiben noch Militao, 10% und Kroos. 20% Prost. Genau, Lukas. Woher weißt du das denn? Luka Jovic hat heute Geburtstag. Er feiert heute seinen 24. Ehrentag für dieses Kumpel. Lieber Luka. Da durfte er dann ja doch noch irgendwie seine 2-3 Minütchen mitmachen. Aber, ja. Wie ist seine Bilanz? 44 Spiele, 3 Tore, 4 Vorlagen. Ja, wir wissen, er hat es nicht einfach. Er hat einen Benzema vor sich. Es war auch im Sommer klar, wie die Situation ist, dass Benzema, der will Pichichi werden, von 10 Spielen auch, ja, 10 von Beginn an macht. Ja, es bleibt weiter schwierig für Luka Jovic, der ja jetzt eben sein 1-Tor- und 2 Vorlagen schon in dieser Saison hat. 13 Einsätze, aber auch nur, was waren das, 325 Minuten. Das ist okay. Er wirkt ein bisschen mehr integriert, aber er wird es weiter schwierig haben. Ich glaube jetzt nicht, dass er im Winter flüchten wird, weil er mittlerweile doch wieder hier und da mal seine Chancen bekommt. Und es bleibt einfach, also die Ausgangssituation war klar im Sommer, wie auch jetzt im Winter. Und ich glaube nicht, dass er jetzt wechseln wird. Also für dieses Kumpel Jovic und ja, viel Glück. Vielleicht wird das dann ja noch. Bei Frankfurt war er gut. Ja, natürlich, damals, jetzt nach der Laie, jetzt im letzten Halbjahr, ist er natürlich stark gestartet mit seinen drei Toren in den ersten zwei, drei Spielen. Aber dann hat er ja auch eher ein bisschen abgebaut, ja. Die 44 Spiele trügen, ja genau, weil, wie gesagt, 325 Minuten, das sind nicht mal, oh Gott, oh Gott, Kopfrechnen, nicht mal 15 Minuten pro Spiel, sage ich mal. Ich glaube, das kommt so circa hin. 100 Minuten pro Torbeteiligung, ja, besser als bislang. Ja, was haben wir denn? Bei Hazard waren das, glaube ich, immer noch so, ich hatte es mir irgendwo mal notiert, Hazard steht, glaube ich, bei alle 204 Minuten eine Torbeteiligung. Und jetzt müssten es ja mittlerweile, je nachdem, ob das heute als Assist zählt oder nicht, müssten es ja eher noch ein bisschen mehr sein. Ja, ich schreibe gerade einen Kollegen pro Blog Erkenntnis, so 5 bis 10 Sätze. Die letzte Erkenntnis vor zwei, drei Wochen. So, Hazard ist kein Stürmer, nee, aber schon einer, der auch in fast letzter Reihe mitwirken kann. Also er braucht, muss eben ins Zentrum gestellt werden, nicht außen versauern. Lebt Gareth Bale eigentlich noch? Ja, ich hoffe, er lebt noch, dass ihn jetzt Corona natürlich nicht hingerafft hat. Aber, ja, auch er noch positiv. Rodrigo heute negativ, hat er selbst verraten auf Twitter. Und nach dem Jahreswechsel, jetzt hat der Real Madrid zum Glück wirklich mal gute sieben Tage, vielleicht auch gar kein Training. Als nächstes Spiel ist es am 2. Januar, sprich, die trainieren vermutlich am 30. Januar wieder, vielleicht auch am 29. wieder. Aber dass wirklich mal sechs Tage kein Training haben, was auch, glaube ich, jetzt zur Corona-Situation ganz angemessen ist. Weil, ihr habt es gehört, acht Positive bei Real Madrid plus noch Davide Ancelotti, der Co-Trainer. Beim FC Valencia waren es vier. Rayo hat zwei, Betis hat einen, ich glaube, Boca Iglesias. Wer war es, irgendein Verein war dann noch. Ja, Athletik natürlich mit vier. Also es war jetzt schon, das Spiel hätte man heute auch vielleicht absagen können, wenn schon du die zwei Mannschaften hast mit so vielen. Deswegen jetzt kurz die Bremse rein, zumindest irgendwie zehn Tage ohne Spiel. Mal gucken, wer dann noch, welcher Spieler leider dann Weihnachten in Quarantäne verbringen muss. Ist keinem zu wünschen, aber wird wohl irgendwo noch der Fall sein und passieren. Deswegen jetzt ganz gut diese kurze Winterpause und dann, ja, mal schauen, wie es am 2. Januar weitergeht. Wir haben mehr Corona-Fälle als Barca, ja, Saisonspiele, ja. Barca, ja, was, Real Madrid hatte ja jetzt in diesen zwei Jahren 25 oder so positive Spieler. Manche doppelt, Lunin, Alaba auch schon. Ja, und der FC Barcelona steht immer noch bei einem Corona-Positiven. Das war Sergi Roberto, als er verletzt war letztes Jahr. Schon ein bisschen merkwürdig. Kann auch so sein, aber, ja, merkwürdig. Wenn ich schon das Retafelspiel angesprochen habe, 2. Januar geht es weiter, machen wir noch schnell da die Startelf. Courtois natürlich im Tor. Kommt Carvajal zurück? Ich glaube nicht. Das ist bei ihm wieder verhext jetzt oder bei ihm ist es jetzt ähnlich wie mit Bale vom Wegen. Keine verletzten Berichte mehr. Das geht wohl auf Wunsch des Spielers zurück. Privatsphäre will er sich ein bisschen schützen vor, vor weiteren Kritiken. Deswegen jetzt 2. Spiel. Also ist er verletzt, Muskelbeschwerden mal wieder. Ist er am 2. Januar wieder zurück. Gut möglich, aber gehen wir mal von aus. Nochmal Lukas Vazquez. Das reicht auch gegen Retafel. Finde ich jetzt nicht tragisch. Deswegen Vazquez, Militao, Alaba ist dann zurück nach Quarantäne. Mondi auch natürlich weiter da. Im Mittelfeld kommt Modric zurück. Kasmiro ist nicht mehr gesperrt. Kroos wird weiterspielen. Und dann vorne, ja, glaube ich nicht, dass Hazard sich halten wird. Also ich glaube, da dann wieder mit Asensio, Benzema und Vinicius Walz einfach im 4-3-3. Und das ist nun mal Ancelottis präferiertes System. War es ja heute auch primär. Da wird es eher mit Asensio oder Rodrigo vorne sein und nicht mit Hazard. Ja, Kavacan verkaufen ist komplett unzuverlässig. Ja, vielleicht steht er wirklich am 30. Dezember wieder auf dem Platz. Und es waren dann wirklich nur diese 2 Spiele, was man dann auch irgendwo verschmerzen konnte. Er hat ja was geändert. Ernährung umgestellt. Kein Weizen und kein Gluten, glaube ich, und so. Er versucht was zumindest. Aber wenn er jetzt wieder ausfällt, ist das schon echt bitter. Dann muss man doch irgendwie überlegen, was kommt er doch vielleicht an Nachfolger. Wenn er von 10 Spielen 8 machen kann, dann reicht mir das mit Lukas Vazquez, mit auch Natsche und Valverde. Als da Backups. Und Otelio Sola kann man auch verkaufen, meiner Meinung nach. Aber ja, wenn er irgendwie einfach nicht in die Spur kommt, muss man sagen, hey, wir bemühen uns jetzt um einen anderen, der jetzt auch noch seine 3-4 Jahre macht. Dann kommt Hakimi und dann ist es für dich eh vorbei. Ja, er hat mehr Corona-Fälle als Barca-Punkte in der Liga. Ja, ja, wie viele haben denn Barca jetzt waren es? 28? Ja, gut. Real Madrid insgesamt, wie gesagt, ich glaube so 25. Ja, und mein Tipp gegen Getafe, was meint ihr? Die muss man natürlich schlagen. Am 2. Januar. Aber auch da wieder vielleicht ein bisschen mit Handbremse reinkommen. Schwieriger Ground. Es wird kalt sein in Madrid. Ja, sagt man mal nur ein 2-0. Ja, wie Piki. Einfach wieder zu Null spielen. Ist ja fast heute auch geklagt. Außer dieses Traumtollas können wir mal ausblenden. Meister? Ja, muss ja eigentlich. Also, Nikolas, das darf man sich jetzt nicht mehr nehmen. Acht Punkte Vorsprung auf den zweiten in FC Sevilla. Ja, der hat ein Spiel in der Hinterhand. Dann wären es nur 5 Punkte. Aber auch Sevilla ist eben diese Sache, diese Top-Spiel-Schwäche. Jetzt haben sie gegen Barca. Hatten sehr Glück, dass sie einen Punkt noch kriegen. Lopé de Gui von 15 Liga-Duellen mit Real, Barca und Atletico hat da nur 2 gewonnen. Also, das ist ein bisschen wenig. Und auch in dieser Saison da eben gegen Real verloren. Gegen Barca hättest du eigentlich auch fast verlieren müssen. Und deswegen sind sie da vielleicht auch noch ein bisschen zu überdreht, zu sehr Nerven flattern. Pedro Porro, ja gut, der hat jetzt verlängert. Also, schwierig. Fran Garcia ist jetzt auch eher links als rechts. Schade, ja. Prahin Dias Zukunft. Ich glaube, der wird noch eine Weile bleiben. Der wurde ja, das hat mich ja gewundert, er wurde ein Jahr an Milan verliehen. Kommt kurz zurück, um dann wieder 2 Jahre verliehen zu werden an Milan. Also, die haben ihn jetzt quasi 3 Jahre lang geschenkt. Und ich glaube, der wird auch die volle Zeit da sein, weil er sich ja auch dort wohlfühlt. Selbst wenn Real Madrid jetzt im Winter oder im Sommer sagen würde, hey, willst du nicht doch zurückkommen? Wir bräuchten noch einen als Backup für den Backup vom Backup. Da sagt er sich auch, nee Leute, ich kann mittlerweile italienisch, fühle mich hier ziemlich wohl. Hab vielleicht eine Freundin gefunden, ich bleibe hier in Mailand. Und darauf wird es, glaube ich, auch langfristig hinauslaufen. Sprich, irgendwann sagt Milan, so Leute, wir müssen mal reden, 40 Millionen, Deal oder No Deal. Real Madrid sagt, nee komm, 45, alles klar, passt und fertig. Nils, schau mal auf WhatsApp, ist ja einiges. Ja, ist es jetzt schon soweit. Na gut, machen wir das nochmal, Daniel. So. Nathalie fragt, ob deine Frau eigentlich auch Realfan ist. Zum Glück nicht. Ich habe so viel Real Madrid den ganzen Tag, da bin ich froh, wenn ich auch mal keinen Fußball generell habe. Also, dass sie da gar nicht so fußballaffin ist und dass wir da auch mal andere Themen haben und ich nicht immer nur Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid habe. Das ist schon auch mal wichtig. Primus fragt, ob es eigentlich bei Real Flick ist, dass der Trainer bei den Spielen immer einen Anzug trägt. Nö. Nö. Hatte denn Zidane echt immer einen Anzug? Lopetegui hatte der immer einen Anzug? Wüsste ich jetzt nicht. Also, Mourinho hatte nicht immer einen Anzug, das weiß ich noch ganz sicher. Benitez bestimmt. Gut, er war ja auch noch ein paar Spiele da. Lopetegui glaube ich nicht. Ancelotti ist da eher so der Typ halt. Wird gefragt, wie du Reals gesamtes Jahr beurteilst. Ja, auch Frage an euch zurück. Welche Note gebt ihr denn Real Madrid 2021? Die Statistiken habe ich noch für euch. Es war ja an sich. Wir reden über 45 Spiele, 55 Spiele. Davon wurden 37 gewonnen. Das ist eine Siegquote von 67%. Die beste seit 2017. Damals waren es 69%. Also, Statistiken können sich sehen lassen. Sowohl dank Zidane, ihr wisst ja noch am letzten Spieltag, Meisterschaftschancen, Champions League Halbfinale, als auch dank Ancelotti. Ich gebe, ah ja, gut. Noten würde ich sagen, eine 2- und Kerngrade würde ich sagen, eine 7,5 dann. Was gefehlt hat, ist eben der Titel, die Titel. Also, ein Jahr ohne Titel ist immer so großes Geschmäckle bei Real Madrid. Nichtsdestotrotz, die Ergebnisse sind da. Wir reden eben von 67% Liga Pass, Siegquote, meine Güte. 1,87 Tore pro Partie. Das ist der höchste Wert seit 2018. Damals waren es wohl 2,37. Nochmal eine andere Liga. Aber eben auch, die Balance stimmt einfach bei Real. Du machst ein paar Tore, ja, mehr als jetzt in den letzten Jahren. Aber du kassierst auch wenig Gegentore. Wir reden über 0,73 Gegentore. Das ist, ja, der niedrigste Wert seit, passt auf, 2014. Damals 0,65. Also, die Mannschaft ist da voll in der Balance. Ja, besser geht immer, spektakulärer geht immer. Aber man kann hier aktuell wenig meckern. Und die Mannschaft ist auf einem guten Weg Richtung Titel auf jeden Fall. Super Coppa, vielleicht wird es da soweit. Am 12. Januar erstmal Barcelona im Halbfinale ausschalten. Liga muss jetzt eigentlich fällig sein. Also, ich gebe dann ein 2- bzw. 7,5 von 1,10. Würde ich dann ein 8,0 sogar geben. Ja, ist auch in Ordnung. Titel fehlt halt. Und natürlich könnte das Spiel noch ein bisschen variabler sein, flexibler sein, wie das Thema wieder gegen tiefstehende Gegner. Wir haben es gegen Ostershunder beim 0,0 gesehen, gegen Cadiz beim 0,0. Da ist schon auch noch Luft nach oben. Aber trotzdem hat man jetzt schon mal, ja, sich besser angestellt als in den letzten Jahren. Zum Beispiel 2019 war die Siegquote nur bei 53%. Das war ein bisschen ein tristes Jahr. Ihr erinnert euch vielleicht noch. Und auch endlich dieses Jahr wieder die 100-Tore-Marke geknackt, 103. Letztes Jahr waren es ja nur 91 Tore. Das erste Mal seit Ewigkeiten unter den 100 Toren gewesen. Weiter geht's. Daniel hat mich immer weitergeleitet. Wayne fragt, ob du denkst, dass Atletico in der Rückrunde nochmal auftritt? Nee, da fehlt dann auch der Glaube, glaube ich, in der Mannschaft, da zu sehen, das wieder aufzuholen. Also, man kann sich ja nur vorstellen, wie Simeone vergangene Saison wirklich vor jedem Spiel gesagt hat, wir können und wir werden Meister. Und guck mal, wir sind schon Erster. Wir müssen nur noch einmal hier. Und da hat die Mannschaft so noch funktioniert. Und aktuell ist da irgendwo halt der Wurm drin. Da fehlt der Glaube. Dir fehlt auch das Glück. Jolente oft verletzt. Oblak hat keine gute Saison. Suárez hat natürlich letztes Jahr diese Übermotivation gehabt, es allen zu zeigen. Bartomeu und allen anderen, die ihn da vor die Tür gesetzt haben. Und das ist jetzt auch so ein bisschen, ja, er ist noch da und kämpft und beißt. Aber jetzt auch nicht wirklich immer über die Schmerzgrenze. Und deswegen, glaube ich, wird sich Atletico da nicht mehr so, zumindest nicht an Real Madrid kämpfen. Die werden schon in Champions League irgendwo abschließen. Aber nicht Meisterschaftskampf. Das ist schon ein schweres Stück, glaube ich, weil da einfach Real Madrid auch die Konstanz hat. Auch als Einheit funktioniert. Auch an schwierigen Tagen. Nino fragt, was deine persönlichen Ziele für 22? Sind meine persönlichen Ziele? Erstmal ein guter Vater werden, wenn man das als Ziel nennen kann, dass mein Sohn gesund und munter auf die Welt kommt. Dass da alles klappt, dass wir dann auch vielleicht dank Mutterschutz natürlich dann vielleicht im März, April, Mai komplett in Madrid sind. Ich glaube, dem Kleinen ist es egal, welche Luft er atmet. Aber ich werde ihm schon sagen, dass ihm spanische Luft mehr gefällt. Ansonsten persönliche Ziele. Ein paar Trophäen auf der Playstation noch holen. Far Cry 6 habe ich jetzt bald durch. Ja, also ansonsten einfach gesund bleiben. Guter Vater sein. So was. Nils fragt, ob du mal ein Interview mit einem Spieler von Real Madrid organisieren und durchführen kannst. Ja, das ist die Sache. Corona bringt normal. Reden wir ja regelmäßig mit Toni Kroos und auch mal mit einem Alaba, wenn Mixson wäre. Das geht natürlich aktuell nicht. Und ansonsten sage ich, Exklusivinterviews sind toll und bringen einem auch neue Leser, neue Klicks. Also sprich, dann der Kicker zitiert einen dann von wegen, hey, hier war Exklusivinterview. Egal, ob von Jovic, Ancelotti oder Kroos bei Real Total. Dann kommen ja neue Leute auf deine Seite. Aber der Aufwand steht dann nicht unbedingt immer voll im Verhältnis. Deswegen, und man, ich habe nun mal eine 70 bis 80 Stunden Woche, ohne zu übertreiben, dank Wochenendarbeit natürlich auch. Und heute bin ich ja auch wieder bis 3 Uhr mindestens beschäftigt. Ist da selten Platz für noch solche, den Aufwand von richtigen Exklusivinterviews. Egal, ob man sich dann trifft mit Spielern oder dann das einfach nur per E-Mail macht oder am Telefon. Und das ist meistens zu viel Aufwand. Aber ja, es ist unser Ziel natürlich. Aber da muss einfach auch irgendwo die Balance stimmen, dass ich dann vielleicht andere Aufgaben weniger habe oder so. In Irot fragt, wie sich deiner Meinung nach Real Barca Atleti und Sevilla im Transferfenster im Winter verhalten werden. Huh, bei Real Madrid passiert ja traditionell eher weniger. Außer man findet mal irgendwo einen Renier oder einen Brahim, sprich einen Talent, der jetzt auch nicht gleich helfen wird. Ceballos könnte gut gehen. Vielleicht flüchtet doch noch Jovic oder Vallejo. Aber da sehe ich jetzt noch wenig. Außer eben bei Ceballos. Da könnte was passieren. Und ja, das war es dann, glaube ich, schon bei Real Madrid. Mbappé kommt im Sommer. Das macht jetzt keinen Sinn. Wir brauchen ihn ja auch jetzt gar nicht. Also es reicht ja auch so ohne Mbappé. Deswegen, der soll im Sommer kommen. Schön mit Saisonvorbereitung. Schön ohne Druck. Die Mannschaft kennenlernen. Die Sprache kennenlernen. Die Stadt kennenlernen. Das ist alles wichtig. Gehört alles dazu. Und nicht gleich sofort funktionieren zu müssen. Und dann den Druck zu haben. Oh, er hat gespielt, aber noch ohne Tor. Ja, und bei den anderen. Ja, Barca, Ferran Torres. Keine Ahnung, wie sie den finanzieren wollen. Aber klar, logisch. Transfers sind immer auf. Da werden ja nicht die 50 Millionen, werden ja nicht gleich bezahlt. Sondern noch nicht mal eine Anzahlung. Sprich, die erste Charge ist dann vielleicht ein Jahr später fällig. Und die restliche Ablöse zwei Jahre später und so weiter. Sprich, Barca verschuldet sich erneut. Und strapaziert auch das Salary Cap erneut enorm aus. Ob da jetzt ein Luc de Jong gehen will. Warum? Das wäre ja schön blöd, wenn er sich, auch wenn Barca aktuell katastrophal ist, aber wenn er sich ein halbes Jahr Barca entgehen lässt, glaube ich nicht, dass der da freiwillig gehen wird. Mal gucken, ob sie vielleicht noch, ja, Cavani dürfte dann durch sein, wenn sie Ferran holen. Aber so einen erfahrenen Knipser könnte schon nicht schaden. Und ansonsten Atletico, die haben eigentlich, der Kader ist breit genug. Höchstens vielleicht in Verteidigung, wo du ständig Ausfälle hast. Savic, Remenis, Hermoso auch nicht jedes Spiel gemacht. Felipe, jetzt trifft er zumindest mal. Aber muss eigentlich auch nicht sein. Und Sevilla, ähnliches Thema. Also jetzt, ich weiß nicht, wie lange der Navas noch ausfällt. Der tut jetzt auch nicht weh, der Verlust, weil Montiel funktioniert. Rafamir ist voll eingeschlagen. Ja, die holen auch gerne mal noch im Winter wehen. Ich glaube, Suso und Papagomes kamen da alle. Aber sehe ich jetzt noch nichts groß. Gerrit fragt, todist du Zorreal? Ja, das Gerücht kam, glaube ich, von Zer. Al-Qa-Den ist ja dem Radiosender, die jetzt nicht unbedingt für die Mega-Enden bekannt sind. Aber das würde mich schon wundern. Also man hat so das Gefühl, wenn irgendwo ein ablösefreier Spieler ist, beziehungsweise ein Spieler, wo der Vertrag bald ausläuft, wird erstmal eine Münze geworfen. So, mach mal, aha, Barca. Oder andere sagt, ach, mach mal Gerücht mit Real Madrid. Da hat man so das Gefühl, da gab es in den letzten Wochen einiges und einige. Und wird es auch noch weitere geben. So geht das Spiel ja. Wir machen das nicht so gern mit. Deswegen haben wir auch noch nicht über Rüdiger geredet oder noch nicht über ihn berichtet. Aber Tolisso, glaube ich nicht. Philipp ist der Meinung, dass weder Alecchi noch konnte mehr aus Real in dieser Saison als Ancelotti rausgeholt hätten. Frag, wie du diese Aussage einschätzt. Ja. Man merkt eben auch, wenn Ancelotti nur Plan B oder C war hinter, ja, Allegri konnte Nagelsmann schon vergeben und so weiter, ist er eben, funktioniert er, weil er viele Spieler schon kennt, weil er auch so ein bisschen über das Emotionale kommt, kam. Die Mannschaft war ja schon gut. Der Champions-League-Halbfinalist und so weiter. War nur ein bisschen eingerostet, braucht hier und da ein bisschen nochmal Politur, ein bisschen nochmal neue Farbe anbringen. und es funktioniert. Also er dirigiert den Kader gut, auch wenn mir die Rotationen zu wenig sind, weil mir da zu wenig Konkurrenzkampf, aber ja, du hast einfach auch einen Kader, wo viele vielleicht schon satt sind, müde sind, Isco, Asensio, ein bisschen Bale natürlich und trotzdem funktioniert es. Also ja, viel mehr ist da nicht rauszuholen. Also ja, nur die Flexibilität fehlt mir ein bisschen was. So Plan B gegen tiefstehende Gegner und so, egal. Lukas fragt doch bestimmt, dass Haaland erst 23 nach Madrid kommen und dann Benzema ersetzen soll. Das ist die Sache. Real Madrid wird ihm bieten, hey, du kannst 22 kommen für das, du kannst 23 kommen für das. Was willst du? Ich rede nochmal, was City und PSG und United und die anderen bieten. Haaland hat 20 verschiedene Möglichkeiten in diesem Sommer, aber auch zusammen mit dem nächsten Sommer. Er kann auch nochmal bleiben ein Jahr in Dortmund. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm, weil solche Weltklasse-Spieler, ähnlich wie Mbappé, die wissen, ja, jetzt wechseln wäre cool, aber die werden auch nächstes Jahr noch Top-Angebote kriegen. Auch übernächstes Jahr. Ist ja nicht wie Luka Jovic, wo Real Madrid einmal anklopft und du sofort zusagen musst, weil sonst ist der Zug abgefahren. Deswegen ist gut möglich, dass Haaland auch erst 23 kommt. Ich sehe es einfach diesen Sommer selbst auch noch nicht. Mbappé, ja, aber dann noch Haaland wäre sensationell. Gerne, aber sehe ich einfach noch nicht. Deswegen, ja, vielleicht eher tatsächlich 23 und dann ist auch, glaube ich, tatsächlich für Benzema Schluss. Der will, glaube ich, wirklich in Lyon seine Karriere ausklingen lassen. Hassan fragt, ob Peter in der Coppa gegen Alcogliano starten wird. Oh, starten. Starten, ja. Jetzt war Ancelotti nicht beim Alcogliano, dem Debakel schon dabei. Deswegen ist er da vielleicht noch nicht so vorgewarnt. Aber da jetzt die Jungs starten zu lassen, ich glaube, da wird trotzdem Rodrigo starten. Und vielleicht darf dann mal wieder Isco, vielleicht darf dann auch mal Bailey ran. Also, dass da Großkanteranos ran dürfen, maximal wirklich Blanco und auch Gutierrez, glaube ich nicht, wenn Marcelo bis dahin wieder positiv ist. Also, Peter, glaube ich, noch nicht. Netflix fragt, wenn man sich um Delicht bemühen sollte. Ja, wäre nett. Aber eigentlich ist für mich das Stamm-Duo auch für die Zukunft Militao-Alaba, weil die sich so gut ergänzen. Deswegen, ja, wäre Rüdiger und Delicht eigentlich fast schon zu viel des Guten. Verschenkt fast schon Rüdiger vielleicht nicht mehr ganz so jung wie Delicht, hoffe ich jetzt zumindest, dass ich da keinen Quatsch erzähle. Deswegen würde Rüdiger vielleicht da eher funktionieren. Aber Delicht will ja doch mehr, eher Stamm spielen als Rüdiger vielleicht. Deswegen, je nachdem, wenn die jetzt auch noch extrem viel Gehalt wollen, dann macht das noch weniger Sinn. Also, ja, du brauchst einen guten Dritten, aber Nacho ist für mich auch ein guter Dritter. Von dem her muss jetzt nicht sein. Frage von Mare. Wie realistisch ist es, wenn Bale, Isco, Elisil gehen, dass man Porro, Rüdiger, Pogba, Mbappé und Haaland holen. Pogba, wie gesagt, Pogba, wie gesagt, verlängert, schwierig, nicht unmöglich, Rüdiger. Ja, vielleicht geht es ab 1.1. schnell, will ich mal noch nicht ausschließen, habe ich aber noch nichts Konkretes gehört. Pogba wird auch nochmal spannend. Ja, war man schon dran, war sie da als Wunschspieler. Könnte passieren, aber auch er wird verschiedene Angebote haben mit Raiola. Kannst du dir nix sicher sein. Ja, aber wie realistisch das ist. Also die alle ist quasi nur 1% Wahrscheinlichkeit. Das ist schon wirklich ziemlich weit hergeholt. Aber Mbappé und Pogba ist ja fast dann schon 50%ige Wahrscheinlichkeit, weil ich mir bei Mbappé 99% sicher bin. Bei Pogba irgendwas mit, ja, 40%, 30%, sag ich mal, dann kommen wir da auf 50% raus. Aber die anderen, da ist noch sehr viel Vages und Klares dabei. Kommentar von Dr. Felden. In 8 Tagen könnte Mbappé unterschreiben, aber weil wir aufeinandertreffen, wird das wohl nichts im Januar. Genau. Das also nicht ausgeschlossen, aber es hat es zumindest sehr unwahrscheinlich gemacht, dass es im Januar schon verkündet wird, weil Mbappé ja auch ein so loyaler Profi ist. Der hat im Sommer gesagt, hey Leute, nehmt bitte noch das Geld mit mir ein. Lasst mich nicht ablösefrei gehen. Ich will gehen, deswegen verkauft mich jetzt. Haben sie nicht gemacht, PSG? Okay, trotzdem liefert er ja, weil er so ein Profi ist, weil er das respektiert, weil er PSG, weil er Paris schätzt, daherkommt und so weiter. Und so, glaube ich, wird das jetzt auch funktionieren. Sprich, Vertrag dann schon unterschreiben, aber eben mit der Bitte an Real Madrid, hey Leute, lasst uns das respektvoll machen. Erst verkünden, wenn für PSG die Saison mehr oder weniger gelaufen ist, also aus der Champions League rausgeflogen ist, sprich dann Mitte März. Ja. Leon meint, dass man Hazard mehr als Zehner probieren sollte. Ja, ob als Zehner, falschen Neun, hängende Spitze, was auch was, irgendwas Richtung Strafraum, irgendwas nah vom Benzema, ja, mehr im Zentrum, nicht verhungern lassen, außen. Kommentar von Steppel, Nils, kurz und knapp, CR7 Prime oder Messi Prime? Schwer zu vergleichen, aber ich sag, weil ich mich auch mehr identifizieren kann mit Trainingsmonstern, mit Einsatz, mit Leuten, die arbeiten für, ja, für ihren Ertrag, CR7 Prime. Charu fragt, ob die Ablöse für Ferran Torres 55 Millionen gerecht ist. Ich hab ihn jetzt bei City gar nicht mehr verfolgt, bei Valencia war er natürlich ziemlich gut, bei, in Spanien hat er jetzt auch schon einige Tore gemacht. Also, glaube ich, ist diese Gegen 55 schon in Ordnung, passt schon ja. Zoros-Vertrag mit Großverlängern. Joa, der läuft 23 glaube ich aus und er hat ja schon öfter mal gesagt, von wegen, er muss nicht spielen, bis er 35 ist, er wird jetzt 32 im Januar. Vielleicht macht er wirklich noch ein Jahr dran, aber ich glaube, dann wird auch er sagen, schön war es, am besten vielleicht auch mit einem Titel verabschieden, sprich auch da, Jahr für Jahr, nicht jetzt nochmal drei Jahre verlängern, auch nicht zwei Jahre, sondern ein Jahr machen und mal gucken, wie es auch ist mit dem Körper. Er hat ja auch dann den Respekt, die Angst davor, Schmerzen im Alter zu haben. Er will ja auch gesund aus dieser Karriere austreten, um da noch fit genug zu sein. Also, ja, ein Jahr, warum nicht? Paul fragt, stimmt es, dass Lacroix auf Reals Wunschliste steht? Lacroix? Der sagt mir jetzt nichts. War das nicht hier Harry Potter? Na, Tipico FIFA fragt, warst du vorher ja total gearbeitet und ob du gut über die Runden kommst? Danke, ich komme gut über die Runden, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, ich werde nicht reich dadurch, aber ich bin ja, ja, Vollverdiener hier durch diesen Job angestellt. Ich habe vorher Werbekaufmann gelernt, sprich, ich habe jetzt nicht Journalismus studiert oder sowas, ich bin eigentlich ein Werbefuzzi, konnte schon immer ganz gut schreiben, vielleicht auch kommunizieren, reden, wollte schon immer was irgendwie mit neuen Medien machen und ja, als dann 2011, die Seite damals hieß noch Real Madrid.de, die hatten damals irgendwie Redakteure gesucht, wir mal einen Spielbericht schreiben und dann wurde das einfach immer mehr. Irgendwann habe ich, 2016 habe ich die Seite übernommen und seitdem ist das mein Hauptjob und ja, es passt. Ich bin keiner, der, ja, ein Audi haben muss, als Auton hat meine Freundin. Ich muss nicht groß reich sein. Mir reicht, mir ist wichtiger, sich seinen Arbeitsalltag selbst einteilen zu können, dass man da sein eigener Chef ist, dass man da, ja, das macht, was einem Spaß macht und dieses Glück hat leider nicht jeder, das kann ich aber nur jedem von euch auch wünschen, dass ihr das macht, was euch Spaß macht, nicht, dass ihr morgens aufsteht und kein Bock, kommt auch mal vor bei mir, ja, aber in der Regel mache ich alles mit einem Lächeln auf den Lippen. Der Don fragt, wieso Mariano heute vor Jovic reinkam. Gute Frage, vielleicht weil es nochmal darum ging, mehr Druck auszuüben, irgendwie doch noch einen Ballverlust zu erzwingen, da ist einfach Mariano mehr der Faktor als Jovic, der jetzt nicht so die Pressingmaschine ist, da so kann ich mir das erklären, aber waren ja dann auch nur drei, vier Minuten auseinander. Jolo fragt, wie der aktuelle Stand bei Pogba ist, da gibt es keinen aktuellen Stand, da wird man im Sommer dann mal schauen, oder ja, vielleicht auch schon ab 1.1., mal gucken hier, Herr Raiola, wir würden das und das beten und dann sagt Herr Raiola, ja, wir wollen noch einen Hubschrauber und noch hier das neue iPhone, das es noch nicht gibt, dann wird es schwierig, da mitzugehen, mal gucken, was auch Juventus und so weiter anbieten, aber Pogba könnte passieren, ist aber eben noch nicht jetzt, noch nicht groß fortgeschritten oder so. Lion State fragt, ob du in der Winterpause mal einen reinen Q&A-Stream machen kannst. Ja, warum nicht, so interessiert, das ist ja jetzt hier fast auch schon ein Q&A-Stream, aber ja, in der Winterpause ist ja nur kurz, wollten wir eh nochmal so eine Sache machen. Vielleicht kriege ich es ja hin, dass ich dann auch mit einem anderen Redakteur, mal im Philipp oder so, mal quatsche oder Omar oder wer auch immer Bock hat, dass wir da mal so ein bisschen einen Hinrunden-Fazit machen und ja, vielleicht auch gerne mal mehr Streams hier, Q&A, was auch immer, dass man da vielleicht auch neue Formate finden, aber auch da ist die Sache. Ich habe ja schon immer meine 90 bis 100 oder auch mal 110 Artikel im Monat, da ist eben wenig Platz für noch mehr Streams und ja, Mitte Januar kommt nun mal Nachwuchs. Mal gucken, ob da überhaupt noch mehr Zeit ist für noch mehr Streams, ja. Schara fragt, ob Bernardo Silber zu Real passen würde. Ja, aber eher ne. Auch wie diese Sache jetzt im 4-3-3, weiß nicht, irgendwie nicht, aber da ich ja hoffe, dass es irgendwie Richtung 4-2-3-1 geht oder was mit Doppelspitze, ja, vielleicht da eher so dieses offensive Mittelfeld, aber dafür gucke ich auch zu wenig Premier League, dafür bin ich wirklich dieser Nischen-Freak, Fachidiot im Material Madrid. Ja, oh, wir haben schon gleich die Stunde voll, also, was muss ich noch sagen, wir machen der Lacroix der Aachen, der Pace in FIFA, naja, okay, ähm, FC Baden, ich habe keine Ahnung, wen jemand, naja, Tiki Taka, nehmen wir am Donnerstag ein Quickie auf, eben zu diesen 3-4 verrückten Spieltagen jetzt unter der Woche, auch nur so ein bisschen rückblickend, dann die Tiki Taka-Sonderfolge für nur unsere Patreons, die kommt am Samstagmorgen, stellen wir die online, die ist schon im Kasten, muss ich noch bearbeiten, joa, wir sehen uns dann irgendwann, glaube ich, so während der, zwischen den Jahren, da mache ich noch irgendeinen Stream, ob dann mit einem Redakteur oder alleine Q&A, mal gucken, auf jeden Fall, vielen, vielen Dank, dass wieder so viele dabei sind, allein jetzt noch 190, müsst ihr nicht langsam mal ins Bett, ich habe jetzt noch ein bisschen Arbeit für euch, genau, Feliz Navidad, sagt Daniel I. Prospero Anjo, ja, Daniel, da musst du das, den Kringel über das N machen, weil Anjo ist was anderes als Anjo, Anjo ist was, das ist da hinten, aber gut, lieber Anjo, also frohe Weihnachten an alle, natürlich schön, dass viele, so viele wieder dabei sind, auch eben den Wechsel mit zu Twitch gemacht haben, hoffe, das passt soweit für euch, ja, es kommt noch einiges dann auch generell, Highlights des Jahres, die Statistiken zum Jahr sind schon online, genauso natürlich, Pressekonferenz, Spielerstimmen auch von Benzema schon zu seinem Traumtor, und ja, dann freuen wir uns auf ein noch erfolgreicheres Jahr 2022, dann nicht nur mit ganz guten, erfolgreichem Fußball wie jetzt, sondern auch mit ein paar Titeln, sagen wir mal, zwei sind da schon drin, das sollte das Minimum sein, egal ob Supercoppa oder dann, ja, Liga, Champions League, mal gucken, Nils Real Total App, ah, da habe ich keine guten Nachrichten, das sieht nicht gut aus, weil unser Magazin und unser Forum, die laufen unter verschiedenen Software, WordPress und Xenforo, und die kriegt man nicht zusammen, das hat mit der Website gerade so gepasst, dass die Leute mit den gleichen Accounts auch im Magazin kommentieren können, aber das in eine App kriegen, das ist quasi unmöglich, also sieht das eher schlecht aus, ja, Haller Madrid hat am 24. Geburtstag, hey, darf man dich Jesus nennen oder so, ja, heute hat ja erst mal noch Luka Jovic Geburtstag, auch da schon Artikel online, viel zu lesen bei Real Total, auch Statistiken und so weiter, wir hören uns morgen bei Tiki Taka, ich wünsche jedem das Beste zu jeder Zeit, genau, egal ob ihr Weihnachten feiert oder nicht, schöne Zeiten, paar schöne ruhige Feiertage, das hat ja dann jeder, kommt gut rüber ins neue Jahr, aber wir sehen uns ja vorher nochmal, Haller Madrid, hasta la próxima, ciao.